Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem Online-Broker von Finanzen.net. Und heute nochmal ein Hinweis auf das Trading Depot, geführt von Ingmar Königshofen bei Finanzen.net. Hier werden Swing Trades umgesetzt, meistens für mehrere Wochen kein Day Trading. Das Trading Depot von Finanzen.net wird kostenfrei angeboten, alle Details gibt es in den Shownotes. Und wenn ihr die Empfehlung erhalten wollt, dann setzt euch bitte auf die E-Mail-List. Keine Sorge, es wird kein kostenpflichtiges Abo daraus, es entstehen keine Kosten und den Link gibt es in den Shownotes. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Die ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Der Hang Seng notiert fast 6% im Plus, obwohl in China Golden Week ist. In Hongkong wird trotzdem gehandelt. Treiber sind dort Immobilien und Brokeraktien. Hintergrund ist der Wegfall einer Beschränkung, das den Besitz von Immobilien bisher reguliert hat. In einer Millionenstadt wurde jetzt erstmalig der unlimitierte Kauf von Wohnungen gestattet. Und das treibt den Immobilienmarkt. Brokeraktien steigen, weil der Markt steigt und nun ein Crack-Up-Boom kommt. Alle wollen rein. Die Aktien steigen weiter und Tech-China-Werte, die letzte Woche noch keiner haben wollte, sind zum heißen Scheiß geworden. China Insider haben noch vor zwei Tagen gesagt, kaufen, kaufen, kaufen. Die China-Rally ist kein Strohfeuer. Die Kursanstiege gehen da weiter. Andere sind da skeptischer. In der Börsenzeitung werden Parallelen zu 2015 gezogen. Damals hat auch die People's Bank of China ebenfalls mit Zinssenkungen und einer Reduzierung des Mindestreservesatzes gegengesteuert. Damals stieg die Börse um 30%. Mit ihr auch die Volatilität. Die springt heute schon um über 50% nach oben. Aktuell hat der CSI, also der China-Index, seit Mitte September 28% zugelegt. Allein in der vergangenen Handelswoche betrug das Plus 15,7%. Im Hang Seng wurde zudem ein sehr hohes Handelsvolumen verzeichnet. Wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Technisch ist der Markt stark überkauft. Eine Korrektur ist abzusehen. Doch der Anstieg wird dann sicherlich weiter gekauft. Klar darf man immer fragen, ist das nachhaltig? Maybe. Das Wirtschaftswachstum wird wahrscheinlich nicht gleich anspringen durch die Stimulusmaßnahmen. Aber die Kurse nehmen schon mal ziemlich viel vorweg. In Europa und den USA nehmen die Märkte die Zinssenkung vorweg. Wenn das so kommt wie gedacht, würde die amerikanische Notenbank in eine stabile Wirtschaft mit einem robusten Arbeitsmarkt die Zinsen senken. Das treibt die Aktienmärkte. Heute kommen Jobdaten, am Freitag dann die Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft, die sogenannten NFPs, die Non-Farm Payrolls. Beim Blick auf die Aktien wird die Nike mit 6% Minus heute gesehen. Das liegt an den Umsatzrückgängen von 10% und einem 28%igen Rückgang beim Nettogewinn. Damit hatten die Analysten aber auch gerechnet. Die Jahresprognosen wurden dann im Analystencall gestrichen. Vor allem der direkte Verkauf über die eigene Website lässt stark nach. Genauer gesagt um 20% im letzten Quartal. Die Bedeutung des lokalen Handels wurde vom zukünftigen Ex-Chef unterschätzt. Die Leute gehen nämlich in die Stores, um sich dort Schuhe zu kaufen. Wo dann keine Nike-Schuhe mehr standen, wurden eben Konkurrenzmodelle gestellt und dementsprechend auch gekauft. Der Absatz in den Stores fiel um 8%. Das ist ein Minus, aber eben weniger als online. Dafür ist die Marge geringer. Der Vorstandsposten wird bald mit einem Veteran besetzt. Elliot Hill ist im Konzern anerkannt. Er kennt das Business. Doch mit einer Trendwende bei den Nike-Zahlen wird es noch etwas dauern. Die Aktie ist zuletzt. Den Kostvorfall wurde gestoppt. Eine Erholung ging bis auf 90 US-Dollar. Das war schon mal gut. Der heutige Rücksetzer könnte ein zweites, höheres Stand bei einem Chart sein. So bei 80 US-Dollar. Die Unterstützung bei 70 Euro sollte nicht unterschritten werden. Danach wäre die Korrektur nämlich nicht beendet. Aber eine Aktien-Story für den Turnaround, wenn man etwas Zeit mitbringt. Die DZ-Bank erwartet in den kommenden Jahren eine weitere Konsolidierung im Privatkundensektor. Nicht bei der eigenen Bank. Der Vorstandschef macht eine gewisse Sinnhaftigkeit für eine Übernahme der Commerzbank durch die Uni-Credit aus. Die Commerzbank wehrt sich noch mit Händen und Füßen, während Andrea Orsel einfach mal seinen Stiefel durchzieht. In seiner Karriere hat er schon viele Titel erhalten von Cristiano Ronaldo der Finanzwelt oder der Regenmacher. Das sind die Jungs, die das Geld der Bank verdienen. Die werden höher bezahlt als mancher Bankvorstand. Und Orsel ist knallhart. Er verlangt sehr viel. Der Italiener war die zentrale Figur der UBS Investmentbank von 2012 bis 2018. Davon die letzten vier Jahre als oberster Chef. Und als er dann nicht Chef wurde, Chef der Bank, ist er zur spanischen Santander Bank gegangen. Dort hat er aber keinen Tag gearbeitet, weil die eiserne Lady, Anna Patricia Bottin, die Chefin der spanischen Bank, ihn vor seinem Arbeitsbeginn feuerte. Ihr Großvater, Emilio Bottin, war der Gründer der Banco Santander. Und das ließ der Regenmacher Andrea nicht sich gefallen. Er klagte und bekam durch einen Spruch eines spanischen Gerichtes fast 70 Millionen Euro Entschädigung. Davon 10 Millionen für erlittenes moralisches Leid. Für null Tage Arbeit. Und dieses Kaliber trifft nun auf Bettina Ortlepp, die neue Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. Diese hat die Kapitalmarktziele nach oben geschraubt, leicht und versucht nun die Eigenständigkeit der Bank zu erhalten. JP Morgan hat sich die Commerzbank genauer angeschaut und hat auch eine Einschätzung dazu abgegeben. Die zweitgrößte deutsche Privatbank hat nämlich einfach mal die Messlatte für eine Übernahme höher gelegt. Und nach Ansicht der Analysten müsste die Unicredit nun mindestens 18 Euro pro Commerzbank-Aktie bieten. Die Synergien, die sich bei einer Fusion ergeben sollten, müssen nun über 15% liegen, so die Analysten. Das ist ja auch nicht abwegig. Vor allem die Commerzbank selbst versucht ja den Aktienkurs zu treiben, ganz im Sinne der Aktionäre. So soll fast der gesamte Gewinn ausgeschüttet werden. Helfen bei der Abwehrschlacht soll Goldman Sachs und die Schweizer UBS, wo Andrea, der jetzt die Gelbe Bank übernehmen will, selbst Chef des Investmentbankings war. Die Bundesregierung, die ist zwar verärgert, wird aber die feindliche Attacke aus Mailand nicht verwehren oder sich nicht einmischen. Das hat zumindest die Regierung gesagt. JP Morgan hat das Kursziel für die Commerzbank von 17,20 Euro auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf Overweight belassen. Die beratende UBS sagt 18,20 Euro und weiterhin kaufen. Hier überzeugt vor allen Dingen die Kapitalausschüttung. Und die DZ Bank, die eine Konsolidierung im Privatkundensektor befürwortet, sieht den fairen Wert der Commerzbank bei 20 Euro. Der Analyst sagt, dass die Nachrichten rund um die geplante Übernahme durch die Unicredit der entscheidende Kurstreiber seien. Auch wenn eine Übernahme, wenn überhaupt, eher mittel- als kurzfristig erfolgen sollte. So sei sie allerdings wahrscheinlicher geworden als noch vor zwei Wochen. Der Aktionär, das Anlegermagazin, der Aktionär sagt, bei Schwäche kaufen, Stop bei 13 Euro. Soweit für heute. Ich melde mich am Freitag wieder. Schönen Feiertag. Schönen Feiertag.